Hallo und einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Ich schätze, es ist Dienstag an dem Tag, wo ich es schaffe, das Video dann fertig zu schneiden und hochzuladen. Ich habe heute ein Video für euch, in dem ich diesen Look geschminkt habe. Ich hatte ihn in meinem letzten Video, in dem Aufgebraucht-Video drauf und ihr habt es euch gewünscht, dass ich ein Video dazu mache und es war auch eh noch geplant. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass ihr es euch gewünscht habt. Ich habe für dieses Make-up die Naked 3 Palette benutzt von Urban Decay. Die habe ich schon lange nicht mehr benutzt und ich dachte mir, weil ich sie mir vor einem Jahr ungefähr genau gekauft habe, dass ich die schon viel zu lange nicht mehr benutzt habe. Und genau, deswegen sind alle Produkte eigentlich aus dieser Palette. Ihr könnt natürlich aber alles benutzen, was ihr zu Hause habt, irgendwelche Töne, die dem so ein bisschen entsprechen. Ich muss mich jetzt beeilen, denn ich muss jetzt arbeiten. Heute ist mein letzter Arbeitstag für dieses Jahr und davor muss ich es noch schaffen, schnell in die Stadt zu gehen und noch die paar letzten Geschenke zu besorgen. Ich sage es euch jetzt schon mal, dass es am Freitag kein Video von mir geben wird. Ich habe am Freitag Geburtstag und fahre morgen nach Hause und habe es nicht geschafft, irgendwelche Videos vorzudrehen und zu Hause kann ich nicht drehen. Und unser Internet ist da auch leider nicht so zuverlässig. Falls ihr trotzdem immer auf dem Laufenden sein wollt, was mich angeht, was ich mache und tue und wo ich bin, dann folgt mir einfach auf Twitter oder Instagram. Da werde ich euch auf jeden Fall versuchen, so gut wie möglich auf dem Laufenden zu halten. Es wird aber diese Woche trotzdem noch ein Video geben, in dem ich drin bin. Und zwar nicht nur ich, sondern auch noch drei wundervolle andere Personen. Schaut dafür einfach morgen unbedingt auf Vanyas Kanal vorbei. Ich verlinke ihn euch unten nochmal in der Infobox. Also unbedingt auf ihrem Kanal vorbeischauen. Ich habe einen Frosch im Hals. Ihr merkt, ihr seid heute die ersten Leute, mit denen ich spreche. Ja, und weil morgen ja schon Heiligabend ist, wünsche ich euch natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Auch wenn ihr kein Weihnachten feiert, wünsche ich euch ein paar wundervolle, besinnliche Tage mit Ruhe, in denen ihr hoffentlich ein bisschen Energie tanken könnt. Wir sehen uns wieder, wahrscheinlich am nächsten Montag. Ich gebe mir größte Mühe, es hinzukriegen, am nächsten Montag ein Video hochzuladen. Und wir sehen uns entweder nächste Woche oder aber schon morgen auf Vanyas Kanal wieder. Habt eine wunderschöne Zeit bis dahin und bis dann! So, und weil es an diesem Morgen besonders schnell gehen musste, habe ich bereits meine Foundation, den Concealer, den Bronzer, Mascara, ebenso wie meinen Augenbrauenstift schon aufgetragen. Und habe direkt mit dem Lidschatten angefangen. Alle Lidschatten in diesem Video sind aus der Urban Decay Naked 3 Palette. Wie genau heißen, findet ihr alles in der Infobox. Wie genau heißen, findet ihr alles in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! actually, das ist schade ammunition. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.